Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi Ja, heute machen wir eine real life Let's play Und wir haben jetzt beide hier diese Mega Dazu gab es dann nochmal 3 Pfeile Die sind dicker wie die anderen Und ja Wir machen jetzt Hier an der Rutsche ist Start Und Dann müssen Jan und ich uns gegenseitig abschießen Wenn einer Wenn ich zum Beispiel jetzt Jan einmal abschieße Hab ich die Runde gewonnen, wir machen 3 Runden Und ja Jeder 30 Sekunden sich zu verstecken Ab jetzt Und Ja Der Konto läuft auf Ja Jetzt Na Jäbi 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 Okay, Maxi ist da oben. Fast! 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 Ich habe keine Munition mehr, ich habe keine Munition mehr. Hast du alle Pfeile? Maxi hat alle Pfeile. Nein! 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 Das war's für heute. Ja, das ist knapp. Maxi ist oben. Wenn ich knapp geschossen habe, habe ich gewonnen. Wenn er mich abschießen hat. Ich habe nur noch eine Munition, deswegen schieße ich jetzt nicht. Ich muss mir den Schuss einsparen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn er einen tut, ist wie eine Hosenverschie. Die zweite Runde startet. Jetzt! Die zweite Runde startet. Die zweite Runde startet. Die zweite Runde startet. Die zweite Runde startet. Komm Maxi. Hol doch die Munition, Maxi. Die zweite Runde startet. Fah! Ich hab wieder nur eine Munition. Hast du jetzt fünf? Nein, ich hab vier. Dann muss da irgendwo noch eine sein. Ich weiß, da oben, da auf dem Baum, über dir, schau mal das mal. Oh, das war scheinlich. Hier hat mein Handy weg. Schieß mal nochmal auf die Strecke, wenn ich gleich geht's an. Wir machen ein Royal Battle. Ich bin hier, du bist auf der anderen Seite vom Strandkasten. Okay. Nein, wir machen ein Gegenüber. Ich weiß. Ich weiß, dass ich hier bin. Und... Go. Drei rein.